Vor allen Dingen wie der Boah, wie ein Behinderter, Mann! Einmal durchziehen und nicht... ...meh, meh, meh, meh... Ich will gleich noch pennen, Mann! Das wird der schönste 24 Stunden. Ich schaff den nicht, 100 Pro nicht. Mahlzeit, Leute. Kevini am Start. Heute gibt es das versprochene Zombie-Triple. Zusammen mit dem Alex und dem Chris. Guten Tag! Hallo! Wir spielen Shadows of Evil, weil der unfähige Chris kein The Giant hat. Versteh nicht. Versteh ich nicht, ne. Und ja, wir schauen mal, wie weit wir heute kommen. Also, letztes Mal, das letzte Zombie-Video, da lag es ja ganz klar an Anus. Genau, genau, genau. Ja. Das ist wirklich so, Alter. Der hat alles in den WG geleitet, durch diesen einen Tod. Soll ich hier schon mal alles freimachen? Was? Soll ich hier schon mal alles freimachen? Neu Oberkörper und so'n Kram. Mach doch was zum Wilds, Junge! Äh, was ist das? Wo kommen die ja die Zombies her? Möchtet euch nur helfen! Ey, ich hab die Map, glaub ich... Ich weiß nicht, nicht mal fünfmal ich spielt oder so. Krieg ich auch mal Zombies ab! Geht doch. So, ihr wisst ganz genau, wie alles funktioniert, Rituale und so'n Kram? Ähm, nein. Wir lassen die mal ins Vorsprung. Ah, okay. Möchtet ihr mal ein bisschen testen oder was? Genau. Ah. Geh, Klauer! Nein, nein! Da ist ne Hexe! Ey, warum startet ihr die Runde schon? Livestream! Oh! Livestream! Ich bin voll... Ich bin voll... Ey, Kevin, es ist zwei Uhr nachmittags. Du bist jetzt schon besoffen oder was? Ja. Immer noch? Besser gesagt. Ich bin aus dem neuen Schlafen hier. Ja, dann ist doch toll. Dann machst du gleich noch ein 24er. Ja, deshalb. Ich muss nach dem Video hier noch... ...pennen. Unbedingt. Ja. Sonst war's das nach zehn Stunden. So, wie wollen wir jetzt fortfahren? Soll ich ein Ritual machen? Ich will einfach mal Zombies sehen! So, Jungs, kommt einfach mal alle mit. Alle zu mir. Och, du stinkst. Wo bin ich denn du Arnie? Wir machen jetzt ein Ritual. Siehst du richtig grünes Hauffahren in deinem Arsch? Ich muss doch hier ein paar Runden übernehmen. Ja, aber ich will ein Ritual machen. Hau mal ab. Nein. Ich bin zu nah, dass das Video nicht ewig gehen soll. So, hier. Warte, jetzt mal ein Ritual. Was muss ich jetzt hier machen? Ich habe nur eine Pistole. Ja, ich habe auch nur eine Pistole. Die Geister muss man gar nicht mehr töten. Ja, schön. Ja, Mann! Du Opfer! Ey, ey! Da macht der... Ey, Alex, was kannst du eigentlich? Ich will nicht entgegenrennen. Bist du... Hab ich überlebt? Chris, also hattest du eine Waffe. Du schützt mich. Ja, und nur eine Pistole. Naja. Was soll ich denn mit Pistole machen, Alter? Ich habe auch eine Pistole. Ja, wir haben alle überlebt, nur du nicht. Na, ich wurde aber eigentlich sperrt. Ja, und? Mal wieder. Ich habe den Wurm. Ich habe den Wurm. Letztes Mal von dir. Unfair. Arnus, was ist? Ich habe so einen Wurm aufgenommen. Ja, das ist sehr gut. Du denkst mit. Was muss ich damit machen? Den musst du eigentlich nur erstmal rumschleppen. Kann ich ja raus jetzt? Weitere Rituale. Ja, du kannst ja da raus. Wo waren hier, äh... Wo ist denn hier der Strahl? Für die Kiste. Was ist denn Strahl? Für die Kiste, da hinten. Achso, hinten. Ja, hier ganz. Mach auf. Ey, du hast drei... Einer von euch hat 3000 Punkte. Ja, Chris ist das. Chris? Ich wollte ja auch eigentlich wieder mich ein bisschen zurückhalten, aber irgendwie überkommt es mich dann immer. Warte mal. Wo muss ich denn jetzt lang? Das tut mir leid, Alex. Da oben lang. Zum Glück habt ihr mich. Mache offen! Ihr betet mich an. Wo seid ihr denn? Scheiß. Ich habe den Weg zur Kiste aufgemacht. Ich bin an der Kiste. Achso, Zombie. Das war der Weg zum Nissenritte. Weg da. HVK. Wer hat sie geöffnet? Ja, ich. Bist du sicher? Was hast du geöffnet? Na ja, August. Besser als das, was ich jetzt habe, ey. Da kommt Geister. Hilfe, Geister. Nochmal ich, Chris. Nein, nein, nein. Ah doch. Doch. Ich bin auch ran. Ja. Ey. Nein, ich bin. Scheiße, jetzt habe ich es nicht geschafft. Wer war denn jetzt dran? Ich. Ey, willst du mich verarschen? Ich habe die Gorgern. Geh weg da, du stinkendes Entferl. Ey. Was habe ich denn jetzt? The Manowar. Oh, nice. Das ist eine schöne Waffe, Chris. Chris, mach mal unten auf. Jetzt bohrt der Hurensohn. Ich habe es gehört. Raygun, ihr Bitches. Oh mein Gott, das ist nicht wahr, oder? Mir kackegal. So, mache die nächste Tür auf. Kevin, man hört es bei dir extrem laut. Ja, es tut mir leid. Es ist doch ab vom Nachbarmann. So, hier mache ich auf. 14.15 Uhr Mittagszeit eigentlich, ja. Mittagsruhe. Ich rufe die Polizei. Chris, mach auf. Danke. Halt dein Maul. Ich kaufe dann auch, wann ich es für richtig halte. Jungs, komm mit. Wir machen das nächste auf, würde ich mal sagen. Das nächste Ritual. Diesmal nicht da umgehen. Jürgen, können wir nicht einfach Zombies... Echt mal, du Stück Kacke, ey. Was hast du mit deinem Ritual? Ey, das will ich machen. Ich will in 20 Minuten fertig sein. Werden wir wahrscheinlich. Was ist denn das hier für ein Theater, Mann? Was kommt denn jetzt? Kommen jetzt wieder die Geister? Ja. Jetzt habe ich auch eine Waffe. Jetzt kann kommen, was will. Oh nein. Oh mein Gott. Doch, die sterben eigentlich. Sehr, sehr easy sogar. Sag mal, ist das für eine Hurensohnwaffe? Geh doch einfach bei Chris mit der Raygun. Ja, echt mal. Ungelich, das interessiert mich. Guck, wie schnell das geht. Ich will so weit weg von dem wie möglich. Nein, das ist eine Lüge. Du verbreitest Lügen über mich. Äh, Kevin, kannst du vielleicht diese Geräusche im Hintergrund ausstellen? Ja, echt mal. Oh mein Gott. Das ist unprofessionell. Oh mein Gott. Hier liegt irgendwas, okay. Kevin und Videoproduktion ist wie Arschloch und Pissen. Wo bleibt denn da? Dann mache ich ihn hier. Mach Maul auf. Mach Maul auf. Danke sehr. Vieh zu euch. So, jetzt rennt er aber übrigens. Hinter dir ist jemand. Da rennt Kevin. Juckt mich doch nicht. Da kann ich mir nix. Kevin, den wagt ganz viele Schwänze aus. Ich bin wie so ein Wiesel. Ah, blockier mich doch nicht. Alter, du bist zum Maul. Du blockierst mich, wenn dann. Komm Maul auf. Ja, kill ihn. Kevin, töte ihn. Wenn der das Maul nicht aufmacht, man. Wieso war ich in der Sackjasse, man. Gib mir Schutz. Der ist so unfig. Gib mir Schutz. Ich töte gerade fliegende Gollums. Hier, ist ein Teil. Mein Gott, ey. Warum gehst du so oft daunen? Der möchte echt, dass wir hier so schnell... Oh, ich bin froh, dass meine Augen nicht zufallen. Der muss doch nicht so viel saufen, oder? Alkoholiker. Nicht nur saufen. Oh Gott. Es tut da weh. Mein Kopf hat Aua. So, ich mach nochmal... ...Kiste. Wo waren hier... Wo waren hier... Kevin, ich glaube, du hast Blähungen. Wo waren hier Joghurt? Alter, darf mich das anhören. Joghurt bei der Kiste. Joghurt bei der Kiste. Was hast du da gegessen? Ist das gerade zufällig laut im Hintergrund? Nein. Dein Anus macht Geräusche. Das ist doch Hurensohn, Alter. Ich weiß nicht, wer das ist, Mann. Ich wohne hier seit zweieinhalb Jahren, Leute. Und der bohrt seit zweieinhalb Jahren. Ich weiß nicht, was der Typ da bohrt. Ob der irgendwie so hier ne... ...so was wie Wandmalerei macht. Oh, ey. Er ist nicht schon wieder down. Ach, ey. Kevin! Hallo! Ich hab hier schon wieder auf dem Boden rum. Wir müssen hier den Meister der Blähungen wiederbeleben. Mache doch mal Hähne. Wo bist du denn ganz? Ey, wie kommst du denn da ganz hin? Ich weiß nicht. Ich dachte, hier oben gibt's was. Ja, tot anscheinend. Mensch, Kevin, was ist das? Dieser Hurensohn, ey. Ich könnte abschlachten, Mann! Also, das Video ist, finde ich, aber nicht sehr hochwertig. Ach, nee. Du bist aber ein professioneller YouTuber. So ein hässliches Stück Kacke, Alter. Ich glaube, du solltest dies nicht hochladen. Ja, genau. Aber Kevin war ganz klar. Ich würde sagen, wir nehmen gleich nochmal auf, nachdem der fertig gebaut hat. Äh, ich denke, nicht. Den Scheiß tue ich mir nicht freiwillig an. Das Schlimmste, man es gibt. Den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich gehe nochmal in die Kiste. Wo waren jetzt Joghurt? Immer noch bei der Kiste. Haben wir schon Juggernaut offen? Ja, da war ja auch nix. Ja, Juggernaut haben wir auch offen. Ich sehe das doch. Ich stehe direkt vor dieser Scheißmaschine. Hä, Juggernaut ist doch hier oder nicht? Juggernaut ist bei der Kiste gerade. Hier, wo ich bin. Hier oben. Warum ist das woanders auf einmal? Hä? Was ist das für eine Scheiße? So, warum steht die immer woanders? Wo ist denn Juggernaut? Bei der Kiste. Oh, der Spass hat einen Teddy gezogen. Kannst du überhaupt irgendwas? Ich war nur einmal in der Kiste. Jetzt zweimal. Viel Zeig. Das hast du geschafft. Ich habe Juggernaut. Oh mein Gott, das ist Juggernaut. Auf deine Hilfe kann ich verzichten, ey. Ich hätte dich letztes Mal gebraucht, Chris. Da kann einfach nisch der Typ. Was? Willst du mich rollen, Bruder? Nein, du verstehst das Prinzip immer noch nicht. Bis heute nicht. Wenn Kevin oder ich mal down gehen, das liegt einfach daran, dass wir nicht testen wollen. Ja, ja, ja. Aber jedes Mal scheitern. Heilt mich. Ich habe ihn schon dreimal wiederbelebt. Ja, aber ich bin ja noch da. Ja. Ich war schon viermal down, ey. Schlecht. Kommst du mit? Nein, Kevin. Heilt mich doch mal. Ja, Moment. So, ich bin zu viele Zombies. Ich muss warten, bis es rauskommt. Oh, das ist Insta. Heuleise. Ja, jetzt habe ich Insta eingesammelt. Dann Kill-Overs, Kevin. Was hinter mir ist denn Kills? Ach, du hast jetzt eben Juggernaut gehabt. Kannst du nur down gehen eigentlich? Das ist schon talent. Ich war in einem Treppenhaus, ist eingesperrt. Was läuft denn überhaupt da oben die ganze Zeit rum? Na, hört, nimmst du nichts. Ja, warte, zumindest geht's da nicht down. Halt die Fresse, ey. Unbrauchbares etwas, ey. Nein. So, wo wollen wir als nächstes lang? Wir sind scheißegal. Wir haben 4 zu 21. Wir werden... Wir gehen zur Kiste. Wo bist du? Bei der Kiste. Hä? Guck in den Himmel. Da, wo der heilige Heiko leuchtet. Komm, wir bleiben einfach hier stehen, Kevin. Ja. Komm. Wir bleiben stehen. Hallo, ich bin wichtig. Hallo. Immer hier, Kevin. Hallo, Kevin. Was ist das? Ah! Ey! Schließ mich doch nicht ein! Oh, scheiße. Oh! Oh! Hat dein Leben gerettet. Können wir dich retten gehen? Hör ab! Hilfe! Lauf am besten weg. Also immer weg vor Kevin, meinte ich. Der zieht so die Zombies nur an. Stimmt gar nicht. Der kriegt das ja echt eine Hilfe mit deinem... Ey, Alter! Das kann doch nicht... Meine Fresse! Der ist so unfehlend, dieser Mensch! Tut doch weh in meinem Kopf. Ist ja ein spannendes Video. Ja. Road to Ein-Water-Haus. Aber ich geht ja nix, Alter. Ey, ich will nicht wissen, wie es nachher beim Stream ist. Tja. Wird sicherlich sehr erfolgreich. Ja. Ich gehe deswegen auch mal am 9 Uhr morgens schlafen. Und sauf mir die Hucke voll. Ja, ich kam... ...vorher nicht ins Bett. Weil mir alle auf den Sack gegangen sind. Warum schmeißt du den nicht einfach raus? Ich bin ein Gentleman. Ja, als ob. Was denn jetzt für Wörter? Mein Bildschirm ist gelb. Da fliegen überall Chris rum. Kannst du... Kannst du nicht mal... Was denn jetzt los? Ach, sieh. Da fliegen eine Kotkugel. Äh, rollene Kotkugel. Kottrüffel. Mein Gott, das kriegt schon so viel von euch. Hilfe! Oh mein Gott, ey! Nein, da kommt Kevin angerannt! Ich bin noch vorbeigesprungen. Der ist schon wieder down. Der ist schon wieder down! Geh mal ins Ritual rein. Wo ist das? Heilt mich doch mal! Du hättest mir einfach ein Ritual. Ich habe keine Ahnung, Alex! Geh in dieses Ritual. Alex! Da ist aber noch mehr die Kacke am Dampfen! Oh mein Gott, ey. Du musst nur an diese... Ich halte ihn auf. Ich halte ihn auf. Was für Behälter? Hast du einer am Brett oder so? Ein bisschen, ja. Habe ich ihn platt gemacht? Ne. Heilst du mich mal! Wie denn? Hier rennt der Große, Mann! Na dann geh den doch mal endlich! So was Unfähiges, Alter. Er kommt auf mich zu! Kann man nur so langsam sein. Kevin tot? Ne, ich habe mich wiederbelebt. Schade. Jetzt bin ich fast down! Das ist ja nicht schlimm. Warte, Tür auf. Okay, wir rennen wieder dahin. Kevin, siehste, wir brauchen keinen Alex. Na, mal wieder müsste ich den Großen killen. Wir sind die Bände! Ey, Alter! Ey, schon wieder down! Ey, Alter! Downwinio 90! Gibst du mir Schutz? Was ist passiert hier? Ja, fuck, Alter! Oh, ne, ich gehe weg, ey! Komm, Alex! Ich war letztes Mal so gut. Ja, jetzt aber nicht. Jetzt ist er schlecht. Ich treff die noch nicht mal! Heile mich doch! Wie denn? Die sind überall Zombies, weil sie noch nicht gesehen haben. Ey, sie will sich rollen, stand die ganze Zeit hinter mir. Ey, Kevin, ey, Chris, wir sind voll am Arsch jetzt. Obwohl, deine Raygun kann uns retten. Ja, ich habe nur noch 10 Schuss. Nein, schweiß. Oh mein Gott! Ich bin knüppelrot gerade. Guck nach hinten! Ja, ich erst mal. Komm, mache jetzt! Kriegen wir nicht hin. Du Opfer! Ich glaube, Kevin ist down. Kevin, wo bist du denn? Das habe ich auch nicht mehr. Ich mache mal den Weg zum Doppeltap auf, okay? Dann können wir doppelt so schnell schießen. Ja, finde ich gut. Dann gehen wir nicht down, so wie Kevin die ganze Zeit. Ja. Ich komme mal mit, ne, Alex? So, die Treppe ist schon mal auf. Da kannst du dir gerne Doppeltap holen. Wäre der eher Paimers. Hock ich. Ah, Luz. Wo ist das denn? Und durchrennen? Dann zeige ich dir einfach gleich. Komm ich auch mal wieder? Nein. Bei Cold Drinks? Genau da oben. Ey. Heiter Doppeltfeuer, ja? Genau, jetzt ist auch deine Waffe stärker noch dazu. Die schießt down so schnell und ist stärker. Sogar pro Schuss. Dann gehst du mich nicht down. So wie Kevin. Nur wegen euch, Alter. Kevin, Eureka macht das glaube ich nicht viel aus. Aber du schießt da doppelt so schnell. Oder kannst auch bedrückt halten. Ja, ja, ich habe schon gemerkt. Mach doch mal die Runde fertig! Ich sehe keinen Zombie. Doch, da ist ein Crawler. Warte. Ich habe doch mal Zeit. Kevin, was hast du eigentlich jetzt für tolle Waffen? Das ist die Pizone. Pizone. Wo waren wir noch mal Kiste? Jetzt folgt mir, sonst verreck ich würde. Ja, komm doch. Na, lauf du zu Schnee. Geh ran. Was soll ich vorher rangehen? Ich geh. Ich geh. Bist du behindert, Mann? Geh ran, lass ich vorher rangehen. Geh ran, geh ran. Jetzt, jetzt. Nein, so fies bin ich auch nicht. Töten. Wozu habe ich euch mitgenommen? Da liegt der Weevil. Oh, ey, alter. Da liegt der Weevil. Hilfe. Ey, kommt mal zum Anfang hin. Die ist ein bisschen... Ah! Nein! Nein, nein, nein. Hör auf zu schreien, Kevin. Geh, geh, geh. Der ist schon wieder down. Wie kann man so auf down gehen? Warte, ich komme mal. Komm jetzt zum Spawn. Das geht einfach nicht. Ich gucke mir, Crickway5, das brauchen wir wegen Kevin. Ich wollte schon wieder sagen, Livestream. Leute, es tut mir leid. Was hat der mit seinem Livestream immer? Alter, fress das. Hast du ja Lack gesoffen oder was? Ne. Das kann doch nicht sein, ey. Steh auf, Kevin. Bleib diesmal im Leben, bitte. Oh, ey. Schon wieder so viele. Okay, jetzt mache ich richtig. So, wie lange die auch brauchen bei der Weevil, Alter. Könnte ich mal sagen, dass es Zählen an ist? Ist doch unten in der Mitte, sieht man das. Ja. Geh weg, Alex! Ich will ja nicht rein. Kann die Kiste sich mal schließen? Nein, nein, was? Ey, ey, ey. Was? Du, ey, das war ein Spielfehler, Alter. Was? Hast du noch Munition? Ich, ne, sammeln wir ein. Ne, ich meine nur. Ja, so ein bisschen. Ich habe noch 136 Schuss. Ja, sollte reichen. Ich habe ja auch noch ein bisschen. Ich muss mich halt nur schützen, wenn ich direkt bei Kevin bin. Das kann nicht sein, ey. Mann! Kevin, steh mal wieder auf. Wie viel Downs hat er denn? Ach, er ist 8. Ah, easy. 9. 9. Blindjänger. Ja, ich habe bei ihm wieder... Wo war ne Kiste? Das ist wie damals, Kevin. Joghurt, wo war ne Joghurt? Ey, das ist wie bei Black Ops 2, Kevin Downey Jr. Junge. Wo war Jughanog? Jughanog ist immer noch bei der alten Kiste. Oh, hau ab hier, ey. Ja, warte. Ach, schon wieder ein Teddy. Ey, das kann nicht angehen. Bist du behindert? Wo willst du jetzt hin, Kevin? Ich brauche Jughanog. Ja, das ist immer noch da. Du bist ja völlig falsch. Führ mich hin, Gollum. Wenn ich bei dir bin, dann gehe ich eh down. Ist er hier? Rechts und dann rechts die Treppe hoch. Genau. Da hoch! Halt da im Maul. Wir gehen aber wieder. Tschüss. Ich habe mich lieber ab. Wo ich auch down gehe. So mit Kevin. Ne, ich habe jetzt wieder Jughanog. Alles gut. Ja. Bist du unbesiegbar? So. Ich habe auch nur Dreckswaffen hier. Ey. Alles gut, oder? Alles gut wegen Jughanog. Was ein schlimmes Video wahrscheinlich. Ey, das kann nicht wahr sein. Hilfe, Chris. 10 Downs, Alter. Chris hat kein Einzigen. Warum auch? Chris, Hilfe. Ja, warte. Ich bin gerade selber in der Klemme. Also, was heißt Klemme? Tut mir so leid. Es sind so viele. Hi, hält mich. Ich bin unterwegs. Ich kriege es noch hin. Warum ich immer erst blutrot werden muss, frage ich mich. Oh mein Gott, war das knapp. Ich hätte ihn verrecken lassen. Wäre eigentlich besser. Er ist nur an der Last. Ich brauche Munition. Ja, ich auch. Ich brauche Jughanog. Du brauchst Skill, brauchst du. Ich finde es alleine, hoffe ich. Du warst doch da direkt. Ja, ich bin aber zu euch gelaufen, warum auch immer. Warum kannst du überhaupt down gehen mit Jugger? Das war wieder auf der Treppe. Warum gehst du nicht mehr wieder auf die Treppe? Na, weil ich runter will. Geh halt runter. Soll ich ein Loch bohren oder was im Boden? Durchs Loch springen? Einfach eine Tür öffnen. Komm hier mal Zombies. Nein. Jetzt sind wir alle fertig hier, Alter. Jetzt gibt es Rache, Junge. Insta-Kill. Nice. Kratsch, patsch. Das heißt, du kannst jetzt Insta alle töten. Ach, nee. Die muss man sich immer nochmal extra sagen. Nö, ich weiß nicht, wovon du redest. Ey, wäre ich jetzt wieder down young, ja? Nee. Nee. Uh, eine Klingung. Ah! Alter, Maul. Oh, Insta ist ja weg. Sag doch was, Alex. Hä? Was soll ich sagen? Das Insta weg ist. Das sieht man doch! Selbst Chris sieht das. Und Chris ist schon... Okay. Halt dein Maul. Und Chris ist schon ein Maulwurf. Leicht bis stark behindert ist, denke ich, Herr Chris. Oh, scheiße, 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 scheiße! Muni. Äh, der ist immer an der Treppe! Wie unfähig ist denn dieses Un... Heu, 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 Mann! Heilt ihn, ich bitte! Wir versuchen es. Ich kann aber direkt Jugger holen. Der liegt wieder da oben! Ey, Sarah, bist du beschränkt? Oh, hier kniet einer! Die ist bestimmt beim Blasen gestorben. Siehst du die Leiche hier hinter dir? Ich sehe immer nur jemanden, der auf dem Boden liegt. So. Kevin, komm ich hier weg! Gleich gibt's Max Ammo. Kevin, warte mal! Mann, ich hab nur Rötzwaffen! Kevin! Was willst du von mir? Soll ich dir zeigen, wo der Ausweg ist, wenn du nochmal hier oben bist? Was das nächste Mal hier passieren wird. Oh, jetzt fängt der aber da an. Ey, ich krieg ja gleich einen Nervenzusammenbruch. Ich versteh Kevin nicht. Vereinigt wieder, boh! Wir behindert doch, Mann! Einmal durchziehen und nicht meh, 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 meh! Alter! Der stottert mein Buchen! Hilfe! Ich tue dir weh in meinem Kopf. Junge, wenn ich... Wenn ich wüsste, wer das ist... Das kann man einfach nicht orten, Alter. Ich brauche übrigens Max Ammo und jetzt bin ich gleich untertot. Max Ammo gibt's gleich von den Spinnen und alles. Hole Max Ammo ran! Diskutiere nicht rum, Junge! Verstehst du mich? Knecht! Wo krieg ich denn eine anständige Waffe her? Von der Kiste. Wo ist denn die nochmal? Die ist jetzt bei der Kanalisation. Haben wir Max Ammo? Wie komm ich da hin? Kriegen wir gleich. Chris! Ich will mich hin. Bist du irgendwie behindert? Das ist so weh. Wo ist die Kiste? Ja, komm doch jetzt mit! Wie oft zockst du Black Ops 3 Zombie? Ich... Ich... Ich hab's noch nicht zehnmal gespielt. Ich auch nicht. Du weißt jetzt schon mehr als Kevin. Ja, also die Karte kennt nicht so. Ich weiß, hier kannst du noch ein paarke Punch rein. Äh, das ist nicht wahr! Das ist so ein MW-Kloppis. Direkt vor eurer Fresse. Mann! Kann ich punchen gehen schon? Ach, ich... Ich hab ja mein Kremor. Sag doch was! Punch-Raum ist noch nicht auf. Das dauert eigentlich. Wir müssen die Rituale zusammen machen. Dann dauert das nicht so lange. Hier wird nicht gepuncht, Mann! So ist es ewig gehen! Wo ist der Roboter nochmal? Oh, ey! Das ist ein Roboter. Ey, das ist... Kannst du bitte diese... Ey, das ist ein Kares-Video, Alter! Das ist... Ich hab sowas noch nie erlebt. Oh, no! Kater! Kevin, kannst du... Wie sonst was? Verschlafen! Kannst du uns jetzt endlich mal ausmachen? Da Augen fallen zu... Hier läuft nichts... ...und es bohrt einer. Ja, komm! Was fehlt noch? Dass du endlich verweigst. Keine Ahnung, Alter. Dass du auf Down gehst. Dass ich dünches da habe und mein Hosen schalze, Alter. Mache die Todt! Oh, er killt die... Oh mein Gott! Da ist ein Großer, da ist ein Großer. Ey, Chris, du bist so... Du bist so... Unfähig, Alter! Du bist unfähig? Chris! Ey, wieso? Ich geh einfach... Weil ich dir hab' gehört, ich bin nicht bei dir in der Nähe. Wie oft soll ich noch sagen, dass ich nur Ranzwaffen habe? Ja, dann... Und du standst gerade mit der Räger neben mir. Wir waren umgeben von Zombies. Und ich sage, kill die. Und du rätst einfach weg. Ich spare dir bei meinem Mund. Ah! 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 Du bist genial. Ah! Oh Gott, das sind zu viele. Meine Fresse, ey. Hilf! Chris, das sind zu viele. Wegrennen? Ja, müssen wir ja wohl. Achso. Sei es weg von Kevin. Ah! Ey, ich seh kaum... Oh mein Gott! Renn recht rum! Renn recht rum! Lauf, 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 lauf! Da bin ich mal gespannt. Oh mein Gott! Mit den Waffen, die ihr habt, würde ich euch nicht vertreten, Alter. Ist das nicht irgendwo noch Ritual oder sowas? Lauf einfach, Chris! Kann doch nicht nur Sackjassig sein. Wohin denn? Ich hab keine Ahnung. Warum ist da keine Sackjasse? Ja, müssen wir ja wohl. Sonst gibt's keine Option. Oh mein Gott! Ja, die ihm hilfst du, oder was? Eine Frechheit, ey. Weil, wo je, da war ich noch nie, Alter. Geht's nie überall lang. Das ist eine ziemlich große... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Spawner noch weiter neben uns. Ja! Falle aktivieren! Hast du? Ja. Das ist den Arsch ein bisschen gerissen. Oh! Geht der Große da auch drauf? Bei mir ruckelt es so ein bisschen gerade. Ja, bei mir auch. Woher kann ich denn? Die Großen gehen durch die Falle nicht down, oder wie? Ne, ne. Lauf! Könnt ihr bitte die Runde schneller beenden? Wo bist du hin, Chris? Ich, ich warte. Hinter dir. Achso. Ich will den Großen killen. Ihr wollt ja auch gerade sagen. Da, Auge! So, jetzt weitergehen, weitergehen, weitergehen. Machst du hier die Tür auf? Lass mir gucken. Uuuuuh! Ich hab nur 15.000. Ach, scheiße. Das dreht dich knapp jetzt. Jawoll! Jawoll, sehr gut! Boah, ich ist Zombie-Experte number one, Junge! Atom-Bombe! Aaaaaaah! Oh mein Gott! Spring rein, spring rein, jawoll! Das wäre der beste Tod aller Zeiten gewesen. Kiste, Kiste, Kiste. Jo, ich bin wieder da. Ohne Jugga, ohne Waffe. Kevin, ich schwitze ganz doll. Möchtest du meinen Schweiß weglöten? Weil ihr Pisser mich nicht geaheilt habt, Alter. Ja, unfähigen Mann. Du musst nicht so auf Down gehen. Ganz einfach. Wo sind hier die Kiste jetzt? Ihr müsst mir mal helfen, wenn ich sage, ich hab scheiß Waffen. Insta-Kill, jetzt ist Insta-Kill, Kevin. Hast du das verstanden? Insta-Kill. Insta-Kill, genau. Kannst du mit der Pistole jetzt alles töten. Nuke hab ich sogar auch. Sehr schön. Wo war hier? Wo ist denn hier der Strahl? Da hinten. Da, wo der eben war, in der Nähe. Nur halt noch weiter. Muss ich hier hinten lang? Doppelte Punkte, doppelte Punkte. Nice. Reiß die Hütte ab. Ich weiß nicht, ob ich euch kenne, Bart, Zuschauer. Hier war die Kiste. Wo bin ich denn hier, Mann? So viele Zombies gerade. Oh, kann mich mal einer zur Kiste führen? Ich bin down. Nein. Mein einziger fähiger Mitspieler ist down. Oh mein Gott. Ich wurde eingequetscht. Wir müssen Chris retten. Ganz am Spock nicht. Jetzt laufe ich hier schon wieder lang. Rette mich. Komm und rette mich. Ich versuche es. Oh mein Gott. Er schreit, er schreit, er schreit. Hier sind so viele Zombies bei mir, Alex. Oh, das sollst du nicht schaffen. Oh, fuck, die kommen alles zu mir. Rette. Kevin, steh da nicht doof rum und komm. Ich hab nur eine Pistole, Mann. Was willst du, Alter? Ich muss ihn retten. Steh auf, Million. Ich krieg nicht mal einen. Und ich glaube, es war ein Fehler. Ja, es war ein Fehler. Oh Mann, ey. Er ist schon wieder im Arsch. Ihn möchte ich jetzt nicht wiederbeleben. Oh Mann, ey. Warte, warte, ich rette dich. Ich komme jetzt, ich komme jetzt. Ich kann ihn wiederbeleben. Ah, bin ich da? Oh nein. Auch noch. Ne, geben wir ihn auf den Kuschel. Ah, ich will nicht sterben. Gibt es noch was, was man töten kann? Ich habe kaum noch Money. Ich habe noch acht Schuss. Ich habe kaum noch Money. Alex, schränk doch mal ein bisschen an. Ah, was sollen wir wieder wegen dir verlieren? Oh Gott. Ich kann es schaffen. Ich belebe euch jetzt einfach irgendwie. Ihr steht mitten im Weg. Ja, erst mal. Komm, 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 komm. Ah. Schneller. Du hast ja eine Rager, oder? Ich bin schon wieder... Ich nicht schon was. Du hast keine Rager, du warst... Oh Gott. Chris war wichtiger. Ja, geh weg, geh weg. Komm hier nach oben. Bastard, Alter. Außerdem saß ein Besser. Ihr hättet einfach ineinander sitzen müssen. Komm hier hoch. Woher soll ich denn das wissen? Chris, ich habe aufgemacht. Ich habe nur noch 20 Schuss. Ja, ist irgendwie kacke. Äh, 30. Ach, ich brauche ja Juggernaut. Ey, 13, Alter, das ist... Alle Zuschauer, das ist mir noch nie passiert. Ja, das ist aber schon ungewöhnlich oft. Normalerweise sind es anstatt 13 mal nur so 11 mal oder so. Ja, wahrscheinlich, Alter. Jawohl. Das ist vielleicht 4, 5 mal. Aber das hier hatte ich noch nie, Alter. Ja, trotzdem. Ich war halt doch, ich habe Max-Emma eingesammelt. Jetzt hast du eine Rager wieder. Wie heißt, ich weiß. Mach doch mal fertig, oh was. Ja, wir lassen uns Zeit. Er muss erst mal Jugger holen. Ansonsten geht er oft down. Das möchten wir nicht. Das ist schlecht für Swinny. Ich schieße euch, Alter. Rette mich. Ich bin wieder da. Ich glaube, wir sollen sogar Juggernaut hin. Okay, das ist... Wir haben Zeit, ne? Jetzt bin ich, wo der Arm startet. Wo ist denn jetzt der Kiste noch mal? Warte mal, ist schon eine neue Runde angefangen? Vor allen Dingen, ich laufe auch immer alleine und mir haut immer ab. Ja, du wüsst... Du wüsst... Jetzt führ mich noch mal bitte zur Kiste. Oh, die Rager braucht jetzt mehr Schüsse, glaube ich. Ja, wir sind aber schon Runde 17. Kiste! Ich folge dir jetzt, Alex. Ich hoffe, du führst mich zur Kiste. Die Kiste ist in der anderen Ecke. Da sind so viele Zombies. Oh, meine Zwischen... Er schon, ne. Ich laufe jetzt einfach in den Untergrund. Och, ey. Was soll ich machen, Alter? Nicht sterben. Ich will mal eine Person, du Mann. Geh an die Kiste, Kevin. Hier sind doch mal Zombies, Mann! Geh trotzdem an die Kiste. Das haben wir hier. BM. ICR. Rottwaffe! Dauert ja Jahre. Ich hab die Arnis gezogen. Oh, je. Oh, mein Gott, ey. Die kommen aus diesem Raum raus, wo oben das regular ist. Das bringt gar nichts, dass ich auf den Kopf schieße. Kaum. Naja, da haben wir es wieder. Wie lange ich da drauf halten muss mit so einem Huren, so einem Waffen, ey. Ich schieße nur auf die Köpfe. Was ist los? Oder ist Chris down? Chris will dich wiederbeleben. Nee, Kevin ist down. Oh, da kommen ganz viele Zombies. Kevin, ich beeil mich. Ach, der ist schon wieder im Arsch jetzt, glaube ich. Bei mir bist du rot. Ich habe keine Anzeige bei dir. Ich versuche, dich wieder zu beleben, okay? Na. Ich bin unterwegs. Ich bin auch da. Oh, war! Nein, bin doch nicht! Nein, ich bin auch da. Frau Heikel, Blutzen verboten. Was ist hier los? Party. Jetzt hau am besten ab in der Zeit. Die locken die Zombies an. Achso, ich bin da und da ist ein Gegner. Am Spawn, am Spawn, direkt im Spawn. Schatzi, ich rette dich. Der Heikel ist unterwegs. Weg, du Vieh! Oh ne! Hier! Ich komme zu dir! Gucke mal! Da ist Chris! Was machst du denn? Hinter dir liegt Chris! Ey, die Dinger explodieren nicht! Warum? Ey, ich werde nicht wiederbelebt! Was ist das denn? Was ist das? Das bist du! Oh mein Gott, sind das viele! Einfach reinschießen! Shit, 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 shit! Oh Gott, Kevin ist vor uns! Das heißt, wir werden eh gleich da umgehen! AHHHHH! Oh Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Warum muss ich immer mit so'n Unfähigen hier zusammenspielen, frage ich mich! Was meinst du? Warum ich immer mit so'n Unfähigen zusammenspielen muss! Das frage ich mich auch! Ganz schlimm! Jetzt bin ich wohl doch nur bei der Pistole! Nice! Ich geh doch an die Kiste! So, ich fühl dich jetzt zur Kiste! Ich war ja eben da! Bruno Scheiße gezogen! Ja, dann geh jetzt noch mal ran! Oh, dann muss ich in die Herzen fähig noch mal ran! Dein Ernst? Außerdem wurde ich noch an der Sail-Kiste! Ich weiß ja auch nicht, wo es zu der einen Kiste geht! Hier, komm zu mir, Kevin! Jetzt beeil dich verdammt nochmal! Ja, ich drück schon auf Sprint! Ja, dann drück härter auf Sprint! Nein! Dann geht mein Controller kaputt! Ist egal! Hauptsache wir überleben! Weiter! Hier, komm hierher! Kevin! 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 Warum denn? Oh mein Gott! Da war auch ne Waffe oder was? Komm hier hoch Kevin! Oh Mann! Sollts wir folgen nicht! Chris! Oh mein Gott! Na ich bin doch hier bei dir! Warum hat er denn die Waffe nicht? Oh dann rennt doch kein Zickzack, Mann! Das sind so viele Zombies ey! Jetzt komm mit! Oh ey, ich krieg ne Macke bei dem! Ich komm mal von vorne, dann bin ich gleich am Arsch! Hier ist die Kiste! Hier! Ja! Jetzt geh ran! Oh Gott! Kann ich nicht bleiben! Du musst mich beschützen, ja? Ah Insta! Ja! Raygun! Ich hab ne Raygun! Oh mein Gott! Ich bin gleich down! Hilfe! Ich bin gleich down! Wo bist denn du? Oh mein Gott! Boah, ich verknüppel dich! Ohjeleise, Mann! Bist du für ein Jammerlappen! Ach du hast ne Raygun! Der hat ne Raygun? Ja! Die kam von hinten, Mann! Einfach hängen um ne Raygun! Na die kam von hinten! Ja, ist ärgerlich! Hilfe! Oh mein Gott! Ah! Hilfe! Kevin! Woher lockst du mich denn? Team Raygun! Oh mein Gott! Wo bin ich denn hier? Team Raygun sind wir jetzt! Oh nein, 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 nein! Oh mein Gott! Lauft einfach um euer Leben, bitte! Wo bin ich denn hier? Oh mein Gott! Ey, wie ich die Hure nicht treffe, Alter! Komm weg, weg, weg! Ich weiß nicht, wo ich bin! Diese Hurensohn Waffe, Mann! Ich sag doch den Scheiße! Alec, ich weiß grad nicht mehr, wo ich bin! Ey, so ein Rotz! Man schießt mehr vorbei als alles andere, ey! Das ist einfach scheiß-Aiming, würde ich sagen! Ach! Und ist dann mal fertig! Ich raste gleich aus, Alter! Ach, du rastest gleich jetzt aus! Das ist doch nicht wahr, Mann! Oh mein Gott! Scheiße! Geh durch, geh durch, geh durch! Hier muss irgendwo noch ein Teil vom Schild liegen! Mir ist scheißegal! Wo ist es? Kevin, Kevin ist schon wieder tot! Was ist los? Bist du schon wieder tot? Das quatscht nur, Junge! Bin hinter euch! Mich nicht, mich kann nicht aufhalten! Ach, Alter! Ich brauche noch ein Teil des Schild! Das Schild wäre echt praktisch für uns! Wie langsam diese Kugel ist! Deshalb, vor allem die Waffe auch so krass! Ist einfach auf die Füße schießen! Hier oben kannst du was kaufen gehen! Komm mit hoch, komm mit hoch! Ach, der Rest kommt hoch, komm hier! Ey, ich baue das Schild zum komischen Puff hin, okay? Link! Maul! Komme mit! Nein! Ich baue das Schild zum Puff! Kauf dir das hier! Das hier! Hallo! Jetzt bin ich im Arschwein! Kevin, mich blockieren! Verpiss dich doch, du Unfähiger! Alex! Alex, nein! Du lebt mich wieder! Komm her! Hallo, Griech! Boah! Ne! Hallo! Da ist sie! Hallo! Kannst du mal Spaß mitmachen! Ich hab'n Spaß mitgemacht! Opfer! Wo ist das Schild? Wo ist das Schild? Chris ist mein Jazzi, den muss ich wiederbeleben! Oh, Baby! Ich bleib mir an deiner Seite! Wo krieg' ich das Schild her? Das Schild beim Puff! Was ist das Puff? Du bist in der richtigen Richtung! Oh mein Gott! Hier unten, wo ich bin! Och, ey! Nicht down gehen! Nach unten! Ich belebe dich wieder! Ich raste ja gleich aus, ey! Wieso das denn? 17 Downs! Ich hab sogar schon 17 Wiederbelebungen! Ja, ist ja cool! Na, siehst du mal, was Chris für ein Kameradenschwein ist! Ne, ich kann einfach auf Leute verzichten! Meine Fresse sind hier viele! Wird's was? Ja! Immer mit der Ruhe, Mann! Und jetzt bin ich gleich tot! Du, Hank, das ist so ne Hurensohnwaffe! Jetzt mal ehrlich! Ja, ich weiß! Darum mag das Ding auch keiner in Black Ops 3! Aber mir töten die wenigstens! Swampio 2 schon scheiße! Das Drecksteil! Oh, die Hellmaker ist gut, die ich aufgenommen habe! Die hat der Kevin mal nehmen müssen, aber irgendwie wollte er nicht! Boah, die geht ja richtig ab! Das ist jetzt schon wieder los! Kevin ist schon wieder da! Das ist Nummer 18 sogar schon! Das ist ein tolles Video! Ich glaube, ich werde es lieber bei Alex gucken! Ich weiß nicht, ob ich dich wieder überleben kann, Kevin! Punkte bei 2, Alex! Das ist nicht cool! Ja, das ist echt cool! Komm, wir machen mal so langsam den Zivilschütter hin! Ich schlade das nicht hoch, Alter! So erfolgreich! Das ist doch lustig! Glaub's mir! Du hast dein Ausraster wieder! Ach, legendär! Der hat mich auch noch mal kiert! Hakt! Oh Gott! Ich kann dich nicht wieder überleben! Du bist so weit weg! Toll gemacht, Kevin! Ja, vielen Dank! Vielleicht schaffe ich es noch! Ich komme gerade zu ihm hoch! Er ist schon down! Das ist wirklich ärgerlich, Kevin! Wollt ihr gerade helfen? Oh mein Gott! Ich habe das Gefühl, hier sind alle Zombies! Ja, hier sind sie wirklich alle! Lass mal fertig werden ohne Spaß! Ich penne gleich in! Wir zocken jetzt bis zum Beginn des 24ers! Ja! Bestimmt nicht! Könnte ich aber auch sagen! Ich mach jetzt extra den Zivilschützer! Nein! Oder doch! Nein, warum? Man will es ja richtig spielen! Man will es ja richtig spielen! Ja! Ohne Scheiß, Alex! Das könnte gerade meine beste Runde sein, wenn ich hier gespielt habe! Das sieht eher noch her! Das sieht sogar so aus! Hast du schon das Schild geholt, damit du länger überlebst? Nee! Brauche ich nämlich nicht! Ich überleb auch so! Wo ist denn hier das Teil hin? Hier fehlt ein Teil! Doch ich weiß, wo das Schild ist! Das hol ich mir jetzt! Hä? Ich habe noch ein Teil, ne? Mach dir mal hinne! Ach, da ist es! Wir machen doch hinne! Was macht ihr überhaupt? Wir suchen gerade Teile! Für was? Damit wir länger überleben können! Ich habe das Schild! Sehr gut! Haben sie bereits! Hä? Wahrscheinlich alles gerade aufgesammelt hast in diesem Moment! Achso! So, Chris! Äh, Kevin, guckst du mir zu? Nö! Ich wollte mich gerade einen Weg zeigen, wie du da oben bei der Treppe nicht ständig stirbst! Lass mich einfach gleich eine Tür auf! Lass mich einfach gleich eine Tür auf! Bist du da echt schon mal eine Tür aufmachen? Weil du hier immer verreckt bist! Na schön! Das sag's mir jetzt! Das habe ich dir vorhin auch schon gesagt! Das hast du einfach eine Tür aufkaufen sollst! Nö! 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 Robby! Sieh schon auf! Nein! So! Von mir aus kannst du die letzten Zombies töten! Weil ich habe hier nichts mehr! Sehr gut! Robby! Punchen können wir noch nicht, ne? Das macht doch hier ja keinen Sinn mehr, Alter! Boah! Wo bin ich denn hier gespawnt, Alter! Ich ist geboren! Wie komme ich hier raus? Ah, hier bin ich! Oh, gleich wegs, Emho! Endlich! Ich hab nur noch zwei, drei, drei... Ey, ich schlitze den gleich unten auf, Alter! Wie kann man so behindert sein? Überleg mal seit zweieinhalb Jahren bohrt er da rum! Na, easy! Mann, dann sollte ich den Kopfschuss verpassen, dieser Hurensohn, Alter! Ich würde noch Partys schmeißen, Junge! Ey, ich kriege hier eine Macke! Ich will gleich noch pennen, Mann! Das wird der schönste 24 Stunden! Ich schaff den nicht! 100 Pro nicht! Nur Versager! Nichts kann der Junge! Wir haben's durchgezogen, Alex! Ja! Und zu zweit, du! Ja, und weil doch trotzdem beide wach! Wir waren doch beide die ganze Zeit ab! Ja, man kann sich auch gegenseitig wach halten, wenn man zu zweit ist! Nee, weil Alex nicht nur den Tod! Ich stehe gleich auf, Alter! Ich hab so ne Schnauze voll grad von nem Huhn so... Ohne Scheiß! Ich glaub, der fickt grad die Wand oder sowas! Das geht drüber laut! Oh, herrlich! Das beste Video ever! So! Auf einmal, wir haben nur zwei Schuss! Ich glaub, wir sind wieder down! Ach, Kevin ist wieder down! Ja, ich... Das ist halt richtig, was ihr gebracht! Keine Money mehr! Alex, ich hab gar keine mehr! Zu sauer, das ist halt richtig, was ihr gebracht! Ich dachte, ich wär für ein Zombies verfolgt! Hier kommt ne Kugel an! Kannst du das Ritual grad nicht weitermachen! Hast du gehört, Alex? Was? Ich, äh... Dachte, ich werd von Zombies verfolgt! Dann war's nur Chris! Und ne! Und aktivier ne Falle! Aber von ner falschen Seite! Oh mein Gott! Und renn weiter! Und die Falle geht mich! Ich dreh mich um! Und kein Antje-Zombie ist da! Das war... Das war... Das war richtige Kevin-Aktion jetzt! Ich hab keine Money mehr! Hast du Pei! Ich heu leise! Kill die mal, Kevin! Ich hab ne Pistole! Ja, das reicht dafür! Nein! Ach! Winkst du jetzt zur Kiste? Ich hab nur die Geister hier gehabt! Ah ja! Wieso geht denn die Scheiße schon in dreiviertel Stunde? So lange schon, Alex? Ja! Easy! Oh, Sniper! Ey, Mann! Jetzt müssen wir noch ein Ritual machen! Ey, wie lange sollt ihr das sehen? Ihr wollt Fußball gucken! Ja! Ja! Ja, wir wollen doch erstmal unseren Zombie-Skill zeigen! Och, hau ab mit deinem Scheiß-Ritual-Dreck! Mal ehrlich jetzt! Eins brauchen wir noch, können wir Pack-Up-Punch nutzen! Ja, juckt doch keinen! Hahaha! Ey! Alex ist immer so motiviert! Ja, ich hab noch eine Fliege! Junge, ich brauch Max-Emmo! Ja, hier ist es doch! Dann NIM! Ich komm da nicht ran! Doch jetzt! Wie, du kommst da nicht ran! Ja, das war erst so mein... Scheiße, dein Rachen! Können ja mal Zombies kommen? Mir ist langweilig! Das Grund ist gerade erst angefangen! Kauf dir... Du hast nicht nur Geld! Was ist das hier eigentlich? Schneller laufen, juckt nicht! Oh Gott, es kommt wieder ein Großer! Ah! Der ist echt vor mir! Insta, 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 Insta! Weg, 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 weg! Mein Gott! Messer an den großen, Chris! Das wurde hier patched! Den kann man jetzt machen! Nein, du es nicht! Oh mein Gott! Komm schon, Zivilschützer! Schon kaputt? Nee! Doch, ja tatsächlich! No Scope! Easy! Das war der Zivilschützer! Oh, Sale! Ihr könnt alle an die... What? Was war das denn jetzt? Lol! Ey, das wäre ein neuer Rekord geworden! Was ist jetzt? Was ist jetzt los? Bei mir hat es doch beendet! Was hast du angegelt, Kevin? Ich habe das Auto! Ich habe nichts gemacht! Ich bin hier plötzlich in so einem Wald! Ich auch! Ich auch! Ey, kommt doch nicht jemand das erfolgreich beendet? Nee! Kann man nicht erfolgreich sein! Ist das ein geheimes Easter Egg? Jetzt bin ich... Was ist los? Aber nie bist du weg! Was ist denn das für eine Fehlermeldung? BG Cage... Get... Index... Internal... XCD... Sein Video endet wenigstens so, wie es angefangen hat! Nämlich scheiße! Checkt ihr die Fehlermeldung? Habt ihr auch eine Fehlermeldung? Nein! Ich bin im Menü! Ja! Toll gemacht, Rayak! Vielen Dank dafür! Können wir jetzt hier erstmal ein Abschlusswort machen? So... Tschüss! Alex! Ja, es war sehr angenehm! Schau mal schon schneiden! Wir hätten wirklich... Schau mal schon schneiden! Schau mal schon schneiden! Schau mal schon schneiden! Schau mal schon schneiden! Kevin war anwesend! Er hat den Sauerstoff weggearbeitet! Ich muss sagen, echt ohne Scheiß! Jetzt meine ich ernst! Äh... Keine Ahnung, was halt los war! Es war halt nicht mit Absicht oder so! Also... Also ich kann mich wirklich auch nicht daran erinnern, dass er immer so oft down war! Naja! Das muss man jetzt mal ehrlich sagen! Vielleicht annähernd zu viel, aber nicht so viel! Ja! Okay! Das war wirklich krass! Ja Leute, wie ihr seht, wurde das Video hier vorzeitig beendet! Äh... Es wäre natürlich noch weitergegangen! Zwei bis drei Stunden, schätze ich! Auf jeden Fall! Natürlich nach demselben Muster, ja! Dass ich fast jede Runde wiederbelebt werden muss! Ja, easy! Ja! Ähm... Ich hoffe, euch hat's dennoch gefallen! Es tut mir leid! Ich... Mir fällt selber die Worte! Ich... Aber nochmal ein Dank an deinen Special Guest! Den Bora! Achso! Oh mein Gott, Alter! Vor allem jetzt ist er fertig, wisst du! Jetzt ist er fertig, Alter! Immer wenn er weiß, dass du schlafen möchtest! Das ist doch nicht! Das ist der absolute Hammer! Ja! Also, ich verabschiede mich für heute! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen! Ich kann's nicht abschätzen! Kann doch sein, dass es nix... äh... Dix likes... Dass es dislikes hagelt! Weil ich so oft verreckt bin! Ich lass mich einfach mal überraschen! Die letzten Worte haben Chris und Alex! Ja, dann haut mal richtig viele Dicks rein! Ciao, Leute! Es war sehr angenehm mit Kevin! Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht! Yeah! Und... Bis zum nächsten Mal! Haut rein, Leute! Ciao! Ciao! Ciao!